Hallo, herzlich willkommen zurück bei Stray. Wir sind hier leider gefangen worden im Nachtclub. Warum auch immer. Aber ich glaube, wir können so hin und her schraubeln und dann müsste dieser Käfig aufgehen. Eins, zwei, ja, um drinnen hüpfen wir weg. Sehr cool. Dann nach oben. Ähm, okay. Wir sind schon mal frei. Jetzt sind wir nur noch irgendwie weiter. Moment, wir konnten hier irgendwo die Balken hoch? Nein. Aber hier hat doch gerade irgendwas. Achso, das Geländer hoch. Okay. Und dann über die Querbalken. Nein. Ah ja, hier. Und zack. Und den da hoch. Und rüber. Und ich schätze, wir sind frei. Aber B12 ist weg und Clementine ist gefangen und... Gefängnis. Ja, dann erkunden wir mal kurz das Gefängnis. Ey. Super. Dieser Querbalken ist nicht so unzerffert. Bisher. Hä? Soll ich da hoch, oder was? Achso, ja, man könnte etwas mitdenken, wie man sich beschwert. Genau, und jetzt... Ja, genau, das war mein Gedanke auf die Fässer. Und hoch. Okay. Hier ist irgendwas gefangen. Hier ist eine Sackgasse. Von hier kommen wir. Ähm, glaube ich. Hätte ich gedacht. Ja doch, von hier kommen wir. Also müssen wir definitiv da durch. Oder da durch. Oder hier durch. Oder... Vielleicht auch nirgendwo durch. Soll also... Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, endlich, mal eine Interaktion gefunden. Also wir können da drüber. Der Blazer Racer, ein Verräter. Hätte ich einer gesagt, ehrlich. Dann war das Schreiben von ihm, wo drauf stand, ich bin bei Blazer kommende Nachtclub. Okay, jetzt haben wir hier eine Drohne. Da wird nur weglaufen helfen, weil die sieht uns definitiv. Ja, genau. Da kommt sie, aber ich glaube, sie verfolgt uns nicht. Okay, wir können wieder raus. Luft scheint rein zu sein. Da können wir natürlich nichts machen hier unten. Wir müssen an dieser anderen Drohne vorbei, nehme ich an. Oh, jetzt ist jetzt die Gelegenheit günstig. Genau, da rein, schnell. Okay, dann kann man bestimmt da durch. Okay, sie ist weg. Aber da wollen wir gar nicht hin. Aus der Kiste. Und raus. Und hoch. Oh, die nächste Drohne. Die nächste Drohne. Okay, die macht ja immer so diesen Bereich in dem kleinen Radius. Das wir könnten theoretisch. Ja, aber hier ist zu. Wie ist der? Also nochmal. Was? Mit dem verscherzt hast. Ist halt echt mies. Gut. Gut. Okay, sie ist wieder an dem Alpenplatz und sie macht jetzt doch gleich. Okay, sie ist wieder an dem Alpenplatz. Ich muss den Moment halt abpassen. Da ist die Frage, wo wir hin müssen. Ich habe es noch nicht begriffen. Das heißt, wenn wir an dem Alpenplatz kommen... Boah, jetzt hat es mich echt zer... Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Das ist nicht euer Ernst jetzt. Oh Mann! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Okay, aber hier geht's nicht weiter. Was ist das jetzt? Ne, hier geht's doch nirgends hoch. Es muss quasi an dieser blöden Drohne. Okay, das ist wahrscheinlich einfacher. Ah, wenn man nicht grad mitten reinhüpft. Das ist nichts mehr der Drohne los. Okay, unser Freund der Dauercheater. Ja, jetzt mal ernsthaft. Wie ist das gedacht, dass man hier vorbeikommen soll? Ich versteh's ehrlich gesagt nicht. Die verfolgt mich doch sowieso. Da kann ich doch gar nichts dran ändern. Die wird mich auf jeden Fall verfolgen. Ja gut, hier komm ich wieder rein durch. Ach so, ich war die ganze Zeit... Entschuldigung, guck Leute. Ich hätte eigentlich hierhin gemusst. Ich hätte mir das mit den Drogen gar nichts geben müssen. Da ist Clementine. Ah ja, Schlüssel. Ich werde sie dir holen. Die Schlüssel. Easy peasy. Oh nein. Aber ich kann jetzt hier drüben nicht hinten reagieren, gell? Und ihr wollt nicht, dass ich da nochmal runterhöpple, oder? Das wollt ihr nicht. Nein, das wollt ihr nicht. Sagt, dass ihr das nicht wollt. Ja genau, hier rein. Macht viel mehr Sinn und ist deutlich angenehmer als diese Drohnen. Aha. Und ich kann hier... Oh, Gefängnisblock. Okay, ich kann hier rein und dann in dem Chaos hier hoch und den Schlüssel greifen. So. Das... ...hätten wir. Geht's auch genauso zurück, oder ist das jetzt wieder mit Drohnen? Ich glaube, es geht genauso zurück. Fallen also. Clementine, befreit. Ja, toll. Und jetzt? Kann man da helfen? Naja, ich denke, es wird nur für den Schlüssel... Ah ja, sicher. Wer die Erfolge soll. Okay. War für mich gerade nicht so erkennbar. Da kommen mit Sicherheit wieder Drohnen. Ja. 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 Oh, da wird B12 gefangen... Untertitelung des ZDF, 2020 Rapsia Und mit der Flucht mit Clementine geht es weiter im nächsten Video zu Strafe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.